Wo ist jetzt die große Verteidigung? Hier sollte sie doch sein! Wir sind allein. Bleiben Sie, wo Sie sind. Ich besorge uns ein intaktes Funkgerät. Sobald meine Männer in Sicherheit sein würden, würde ich Zeit haben, über alles nachzudenken und die Lage zu bewerten. Das redete ich mir jedenfalls ein. Damals habe ich meine eigenen Lügen nicht erkannt. Achtung, Achtung! Alle Truppen, die den Fluss noch nicht überquert haben, müssen den Rückzug mit allen Mitteln sichern. Lassen Sie niemanden auf die Brücke. Zeigen Sie die Position. Der Katedral ist umgekehrt. Läuern Ihre Weapon. Sie können nicht gewinnen. Für Deutschland. Wir sind hier, um Deutschland zu verteidigen. Verflucht! Sind Sie verrückt? Der Schuss ist abgeprallt! Der Schuss ist abgeprallt! Der Schuss ist abgeprallt! Die Panzer ist gearbeitet! Der Schuss ist nicht dankbar! Durchhalten! Einsatzbereit! Der Schuss ist bereit! Die Panzer haben gehalten! 1 Peter! Wir sind in der Unterzahl! Wir können nicht gewinnen! Halt Maul, Verräter! Wir dürfen uns nicht ergeben! Wir müssen kämpfen! Erinnern Sie sich gefälligst an! Komm schon! Komm schon! Und! Guter Schuss! Hälfer! Da kommen noch mehr Polter! Bestell sich die Treffer! Der macht keinen Mucks mehr! Treffer bestätigt! Bestell sich der Treffer! Tankliche Panzer näher an sich! Alles erledigt! Sieh ausgescheitert! Wie kommen Sie voran, Kärz? Nur noch eine Sekunde! Fer chosen weiss von der Kamer vorab apenas probieren! Weiss erledigt! Nachden 79 24 B Kein Durchschlag! Gut, Kertz, legen Sie los! Ich arbeite dran! Wie geht's, Stefan? Stefan, geht gut! Alle Stationen überprüfend reparieren! Schnell! Die werden sicher nochmal angreifen. Alle Mann auf ihre Positionen! Vorsicht! Artillerie! Wir haben uns markiert, den Deck aus dem Schnellen! Wir können sie nicht aufhalten! Rückzug! Runter von dem Hocke! Das Ziel ist erledigt! Wo kam das denn her? Kertz, aufpassen! Tut mir leid, zieh mich hotlich hier! Alles klar! Wir können los! Wir können los! Memphis! Wir können los Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020